Die Sony Pressekonferenz von der E3 2017 ist Thema von diesem Beitrag. Wir machen ja zu jeder von diesen Pressekonferenzen so eine kleine Nachbetrachtung. Und wie bei jedem Mal schalten wir jetzt auch erstmal nach Los Angeles zum Lukas und zum Olli. Die konnten das Ding nämlich live sehen und fragen die mal nach ihrem Ersteindruck. Ja, das war's, die Sony Pressekonferenz auf der E3 2017. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Bei mir ist der Lukas, der ist nicht gar so enttäuscht wie ich, glaube ich. Nein, enttäuscht bin ich nicht. Es war, finde ich, eine gute Show. Sony hat natürlich in den letzten Jahren durch teilweise sehr, sehr starke Shows eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut. Und im Jahr 2017, also in diesem Jahr war es so ein bisschen das Jahr danach. Letztes Jahr war ja wirklich eine Neuankündigung nach der nächsten. Und in diesem Jahr wurde dann halt gezeigt nach coolen Trainern, die es das letzte Mal gab, was jetzt passiert ist. Hier ist der aktuelle Stand, hier gibt es viele neue Spiele, viel neues Material zu den bekannten Spielen. Und so wurde es großteils durchgezogen. Es gab auch ein paar Neuankündigungen. Lass uns drüber reden, über die Neuankündigung, über Shadow of the Colossus. Das hat mich nämlich ein bisschen beeindruckt. Wir wissen allerdings nicht genau, ist es ein Remake oder ist es eine Fortsetzung? Es sah ein bisschen aus wie ein Remake, oder? Ich würde sagen, nachdem es heißt erst mal rein Shadow of the Colossus, das heißt noch nicht, God of War heißt auch God of War, aber es dürfte ein Remake sein. Und zwar deswegen, weil die ganzen Colossi, die hier zu sehen waren im Trailer, waren bekannte Colossi, die man aus dem Originalspiel kennt. Meine Vermutung ist, ich lasse mich gerne korrigieren, wenn sich das irgendwann später mal falsch rausstellt. Ursprünglich war dieses Spiel mal geplant, also das Original Shadow of the Colossus mit fast 50 Colossi. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jetzt im Remake oder im Remaster oder wie auch immer man das nennen mag, so ein paar von diesen ursprünglich geplanten Colossi jetzt zurückgebracht werden und in dieser technisch ja deutlich stärkeren Neuauflage dann zu neuem Leben erweckt werden quasi. Quasi die Extended Cut Edition von Shadow of the Colossus. Auf jeden Fall einer der beeindruckenderen Titel. Was sagst du dir sonst noch? Es wurden sehr viele Trailer gezeigt und wir kommen hier frisch aus der Show, deswegen lass uns drüber reden. Ja, es war zum Beispiel noch, bleiben wir mal bei den neuen Spielen würde ich mal sagen, bevor wir auf das neue Material eingehen. Monster Hunter World. Monster Hunter ist ja hauptsächlich jetzt als Handheld-Reihe bekannt in den letzten Jahren und gerade bei Nintendo groß, also auf dem Nintendo 3DS. Wurde aber auf Playstation geboren und ist auf PSP, hat so die ersten Siegestür gefeiert. Jetzt kehrt es zu Sony zurück und auch noch auf die Heimkonsole, was natürlich schon ein großer Schritt ist, vor allem was man auch technisch merkt, also das ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Muss man dann mal warten, ob es dann auch spielerisch sich irgendwie fortentwickelt, weil diese kleinen abgesteckten Gebiete in Monster Hunter waren ja das, was die Fans immer gestört haben. Da wäre jetzt durch die technische Leistung der PS4 natürlich vieles möglich. Es war jetzt im ersten Trailer schon technisch nicht unbedingt sauber, aber das ist mir von Monster Hunter gewohnt. Ist eher ein Nischentitel jetzt natürlich, aber dürfte natürlich die Fanbase schon sehr freuen, dass da jetzt mal wieder das kommt, was groß ist. Also es sah auf jeden Fall schon ziemlich gut aus, was man jetzt so gesehen hat. Bleiben wir mal bei den Neuankündigungen vom letzten Jahr. Es gab ja letztes Jahr God of War wurde neu angekündigt. So Detroit Become Humans wurde zwar nicht neu angekündigt, aber da gab es mehr Material zu sehen. Und auch Days Gone war so eine Neuankündigung vom letzten Jahr. Da gab es solche Extended Trailer quasi zu sehen. Ja, gehen wir doch mal ein bisschen nach. Also es hat tatsächlich erstmal angefangen mit DLCs, was ja auch recht mutig ist. Also die DLC ist ja nicht ein Add-on, wo neues Material gezeigt wurde. Schaut natürlich cool aus. Dürfte spielerisch relativ ähnlich sein bei Uncharted. Dann die erste Horizon DLC. Heißt, Moment, ich habe es noch aufgeschrieben. Frozen Wilds. Werden wir sehen, was es wird. Es war alles relativ kurz. Also es waren jetzt irgendwie keine großen, umfangreichen Gameplay-Demos. Wenn dann am ersten noch zu God of War, was du ja schon erwähnt hast, wo jetzt ein bisschen mehr gezeigt wurde. Also viel spekuliert wurde, dass der Sohn von Kratos irgendwie im ersten Level stirbt, anscheinend nicht. Dürfte länger dabei bleiben. Ansonsten hat es mich ein bisschen erinnert an Dark Souls, vom veränderten Kampfsystem, von diesem Überschulterschauen und sowas. Es ist ein bisschen ein direkteres, ein härteres, möchte ich sagen, Kampfsystem als bisher, dass er ja relativ schnell war. Muss man schauen, wir konnten es ja bis jetzt noch nicht selber spielen. Wie sich das dann auch tatsächlich steuert. Auf jeden Fall spannend. Ja, dass Kratos so nicht stirbt. Also ich weiß nicht, es ist so ein Charakter, der mir persönlich ziemlich unsympathisch ist. Auch jetzt im neuen Trailer blieb er mir unsympathisch. Wir werden sehen, was daraus wird. Aber God of War habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also das ist auch eine von den Marken, die halt bei Sony richtig vorne mit dabei sind. Hast du sonst noch irgendwas? Es wurde ziemlich viel zu Playstation VR gezeigt, ne? Ziemlich viele Neuankündigungen. Ich möchte noch ganz kurz, bevor wir zu VR gehen, nur noch die Detroit abhandeln und Spider-Man, die auch noch gezeigt wurden als Weiterführungen Detroit. Go ahead. Detroit ist ja von David Cage, dem großen Geschichtenschreiber. Der verspricht, dass man jetzt seine eigene Geschichte hier schreiben kann mit zig Figuren und zig Entscheidungsmöglichkeiten. Muss man schauen, was das wird. Ich bin da ein bisschen skeptisch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das dann so hinhaut, dieses Choose Your Own Adventure in Spieleform. Viele Ambitionen, wie es dann im Endeffekt wird, müssen wir schauen. Und Spider-Man war dann auch so eine Sache, hat cool ausgeschaut, finde ich. War aber ein bisschen so ein Mischmasch aus dem, was man aus anderen Spielen kennt. Ja. Ein bisschen Batman. Wir saßen nebeneinander und haben gesagt, Spider-Man, Dark Knight Rises oder so. Es sieht halt ein bisschen so aus wie die Arkham-Spiele von Batman. Du schleichst dich auf irgendwelchen, was waren das, Wolkenkratzer-Gerüsten umher und gehst die Gegner so von oben an. Man kennt es so ein bisschen und dieses Free-Flow-Kampfsystem auch, was mit drin ist, kennt man ja eigentlich auch aus der Batman-Arkham-Reihe. Also es hatte schon ziemlich viele Ähnlichkeiten. Allerdings war es cool, wie er so nahtlos übergegangen ist dann in diese Open-World-Freischwingereien, möchte man sagen, wie er durch New York City rumgeschwungen ist. Das war schon ziemlich cool anzuschauen. Das war auch das Highlight dann. Weil, wenn man sich erinnert, also Spider-Man 2 auf der PS2 damals war ja so das Spider-Man-Spielschlecht-Team. Und das hat uns ein bisschen gewirkt, dann auch dieses Freischwingen, als würde es das einfangen. Aber es wurde kaum... Freischwinger ist übrigens ein total geniales Wort, möchte ich nochmal dazu sagen. Aber es waren irgendwie nur 20 Sekunden und dann war wahnsinnig viel Quicktime-Events. Es ist also, schaut gut aus. Ist jetzt aber, hat mich noch nicht vom Hocker gehauen. Es war auch der allerletzte Trailer der Präsentation eigentlich, so quasi das Highlight. Es wurde extrem abgefeiert von den Fans, die da waren. Das muss man auch mal dazu sagen. Also die haben sich bei der Show allgemein ziemlich viel Mühe gegeben. Es war ziemlich viel Kulissenbau mit dabei, was schon beeindruckend war zuzuschauen jetzt live. Aber wie gesagt, die Spiele, hm, für den europäischen Markt jetzt vielleicht nicht gerade so was groß Neues dabei eigentlich. Kommen wir nochmal kurz zu den VR-Titeln, weil die waren nämlich tatsächlich dann doch neu. Genau, da gab es so einen Blog, wo VR geblendet wurde, wo ich erst ein bisschen verwirrt war. Bin ich jetzt noch bei VR-Trailern oder nicht? Aber es wird dann auch wieder abgeblendet, diese VR-Sparte. Ja, da war Skyrim VR. Wir waren ja, also ich war gestern bei Bethesda. Und da wurde ja Fallout 4 VR gezeigt und Doom VR. Und da habe ich mir schon gedacht, warum nicht Skyrim? Das ist irgendwie doof, ne? Jetzt wissen wir es, weil es bei Sony offiziell enthüllt wurde. Ob es denn dann auch exklusiv kommt für Playstation VR, muss man sehen. Aber es kommt auf jeden Fall. Ansonsten noch ein paar neue Spiele. Star Child, The Impatient, Bravo Team und Moss. Moss fand ich ziemlich interessant. Das war das mit dieser kleinen Maus. Genau, das hat interessant ausgeschaut, hat Spaß gemacht. Aber was es dann wird, muss man noch schauen. Und ansonsten Final Fantasy 15 VR. Jetzt war ja schon bekannt, dass was kommt. Jetzt weiß man auch, es ist ein Angelspiel und es ist Monster of the Deep. Warum nicht? Kann man auch machen. Ja, wer sich an Legend of Zelda erinnert, Ocarina of Time. Da konnte man zahlreiche Stunden in dieses Angel-Minigame investieren. Warum nicht bei Final Fantasy 15? Ja, ansonsten gab es halt noch so das Übliche mit Dritterstellern. Also wir haben Detroit 2, würde ich sagen, Destiny 2 gesehen. Call of Duty, World of War 2. Dann sonst noch... Der neue Trailer zu Call of Duty, World of War 2, der hat mich ziemlich vom Hocker gehauen. Der war ziemlich intensiv, ziemlich amerikanisch, könnte man sagen, mit viel Krawum. War auch schön inszeniert hier, muss man auch dazu sagen. Ja, ist halt wieder so eine Activision-Sony-Kooperationsgeschichte. Genau. Vorabzugang etc. pp. War ja im letzten Jahr genauso eigentlich. Genau. Ja, also ich finde, ich glaube jetzt haben wir so die größten Themen behandelt. Ich glaube auch. Ich finde halt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, man hat halt eine gewisse Erwartungshaltung bei Sony. Aber Sony muss halt auch erstmal die Sachen, die jetzt in Entwicklung sind, fertig machen. Nachdem halt sehr, sehr weit in die Zukunft geschaut wurde im letzten Jahr, sehen wir jetzt halt die Früchte dieser Arbeit. Und rein so betrachtet, finde ich, war es jetzt keine schlechte PK, sondern einfach nur eine konsequente Fortführung dessen, was halt im letzten Jahr begonnen wurde. Und ich muss sagen, ich bin so weit zufrieden. Jetzt nicht vom Hocker geworfen worden, aber so weit eigentlich zufrieden. Das ist zumindest mal immerhin was, wenn der Lukas Schmid zufrieden ist. Vielen Dank. Ja, da sind wir wieder. Vielen Dank euch beiden und viel Spaß noch auf der Messe. Ja, David, Olli hat so ein bisschen gesagt, er war so ein bisschen underwhelmed. Ja, er hat sich da vielleicht so ein bisschen mehr erwartet noch. Ja, der Lukas hat erzählt, das liegt einfach daran, weil Sony in den letzten Jahren so unglaublich stark war, dass einem jetzt so ein bisschen die Überraschungen gefehlt haben. Bevor wir jetzt mal so einsteigen in das Thema, wie fandest du Sony? Sony fand ich grundsätzlich vom Aufbau her gut. Da war halt wenig Gelaber drin, über das sich ja dieses Jahr auch die Volvo sensationell gut lustig gemacht hat. Fantastisches Video, falls ihr es noch nicht kennt. Mit ihrer Pseudo-PK. Lohnt sich mal reinzuschauen, ja. Sony war, glaube ich, schon sehr gut. Es war Spiel an Spiel an Spiel und auch große Titel. Sony hat nur, und ich glaube, das wird einem erst jetzt langsam so bewusst seit Jahren das Problem, dass Sony die sind, die Spiele immer mit unfassbar viel Vorlauf ankündigen. Da sind seit Jahren in diesen PKs kaum Spiele dabei, die man in dem Jahr auch noch spielen kann. Sondern immer meistens gar keinen Release-Termin oder irgendwann nächstes Jahr. Genau. Auch dieses Jahr gab es sehr viel, wo dann am Ende der Trader stand 2018. Und teilweise da dann nicht mehr irgendwie mit einer Quartalseingrenzung, sondern auch nur 2018. Und das ist dann halt im Eindruck, glaube ich, danach einfach so, ja und was kann ich davon denn spielen? Nix. Wohingegen nicht bei Microsoft und Ubisoft, da wird halt viel angekündigt, wo man weiß. Was die Griffweite ist, ne? Bis es verschoben wird, ja. Aber bei der Ankündigung denkt man sich noch, ah cool, in einem halben Jahr kann ich das ja spielen. Ist ja gut. Bei Sony ist das immer so extreme Zukunftsmusik. Das drückt, glaube ich, so ein bisschen auf den Gesamteindruck immer. Steigen wir noch mal ein bisschen ein. Es gab vor der eigentlichen Pressekonferenz ja so eine Art Pre-Show. Da hat man ein Neuspiel gesehen, was die Until Dawn-Macher in Entwicklung haben. So eine Art interaktiver Film wieder, soziale Komponente. Until Dawn fand ich ja persönlich großartig als meine Lieblingsspiele. Ja, die sind sowieso sehr beschäftigt. Es gab ja auch so einen Playstation-VR-Block. Ja. Da, ich glaube, gefühlt jedes zweite Spiel war von Supermassive Games da drin. Ich kann ganz kurz zu tun, glaube ich. Dieses Hidden Agenda, da kann man kurz drauf eingehen. Sony hat angekündigt, dass demnächst ein Playlink, heißt es, Feature Live geht. Also das sind diverse Multiplayer-Spiele, wo Leute vor einer Konsole mit ihren Mobilgeräten, Handy oder Tablet dann mitspielen können. Bei Hidden Agenda ist es halt, es ist sehr Until Dawn ähnlich. Also es ist auch ein Mystery-Thriller, Kriminal-Thriller. Man ist irgendwie einem Serienmörder auf der Spur. Auch regelmäßig mit Entscheidungen. Wenn man da die Falschen trifft, können auch alle Charaktere sterben. Und da können dann halt, ist halt nicht nur der Spieler unterwegs, sondern auch diverse Freunde können halt noch mitmachen auf Smartphones. Hat sogar bei Hidden Agenda eine ganz lustige, das klingt auch spannend, das möchte ich auch spielen, fast so eine ganz lustige Gesellschaftsspiel-Komponente. Weil das nicht nur ist, die Leute stimmen mit ab, was gemacht werden soll, sondern es gibt auch, das sind dann diese titelgebenden Hidden Agendas. Da kann jeder Spieler auf einmal so ein bestimmtes Spielziel bekommen, das auch nur er weiß und nur er wissen sollte und irgendwie versuchen muss, gegen die anderen zu erfüllen. Ja, wie halt in zahlreichen Gesellschaftsspielen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Klingt ganz cool. Dann gab es noch Metafall, das ist das neue Spiel der Resogun-Macher. So ein 2D-Sidescroller-Actionspiel kommt am 15. August 2017. Da ist ein Spiel, was eigentlich da ist fast schon, ne? Es waren ein paar, ja, aber die großen halt nicht. Metafall wird bestimmt großartig. Hausmark macht sensationell gute Actionspiele. Und dann kommt Nack 2 oder auch Knack 2, wie ich es nenne. Der erste Teil, naja, ne? Ja, war jetzt nicht das bombastischste Launch-Spiel. Aber der zweite Teil soll ja auch ein bisschen umfangreicher werden mit Talentbäumen und so. Genau. Sieht zumindest ganz putzig aus. Ich habe den ersten aber auch nicht gespielt, muss ich zugeben. Ich habe den ersten gespielt und fand den nicht so gut. Aber wer weiß, was jetzt kommt. Vielleicht überzeugt dich ja. Vielleicht kommt der zweite. Wo ich auch nicht so viel Ahnung habe und ich glaube, du auch nicht so wahnsinnig viel ist das neue Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. Da gab es auch so ein paar Gameplay-Szenen und Cutscenes. Ja, man muss halt dann auch Animes mögen, Studio Ghibli mögen und so weiter und so fort. Und RPGs ist irgendwie ein bisschen was für meine Frau, glaube ich. 10. November. Ich glaube, der Releasetermin ist neu. Genau. 10. November 2017. Und dann ging es auch schon los mit der Sony Pressekonferenz. Los ging es mit Uncharted The Lost Legacy, bekannter Titel. Chloe Frazier hat da angefangen mit dem Trailer so schön zu erzählen. Ja, gut. Uncharted halt, ne? Ja, schöner Trailer. Aber das, was man erwartet hat. Genau. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem dieser Sony-Picker. Da war halt viel nochmal was gesehen, was schon mal angekündigt wurde. Sah alles gut aus, aber war halt erwartet. Es fehlte halt so der Mega-Überraschungs-Moment, ne? Horizon Zero Dawn bekommt ein DLC. Das hat, glaube ich, auch niemand aus dem Stuhl jetzt gefegt so. Das Ganze nennt sich Frozen Wild. Man spielt wie der Alloy. Ist in so einem verschneiten Gebiet unterwegs. Soll noch neue Fragen beantworten. Horizon Zero Dawn, die Kampagne des Grundspiels, hat ja auch so ein paar offen gelassen. Bestimmt ganz spannend. Und auch das soll noch dieses Jahr kommen. Mensch, da kommen doch einige Spiele dieses Jahr schon, ne? Ja. Days Gone, das kommt aber nicht mehr dieses Jahr. Ist ja dieses Survival-Action-Spiel mit diesen Zombie-Horden, wo halt unglaublich viele Viecher immer hinter dir ist. Ja, vermutlich nicht. Ich glaube, da gab es tatsächlich keinen Release-Termin. Also, mag sein, dass das irgendwie auch noch dieses Jahr kommt. Wobei ich vermuten würde, wenn sie absehen könnten, dass es dieses Jahr kommt, hätten sie es gesagt. Aber streng genommen weiß man noch nicht, was da der Plan ist. Man sah ein bisschen Gameplay, das sah wieder ganz cool aus. Wieder so eine Szene aus der Welt des Protagonisten Deacon. Ja, relativ viel Gameplay sogar. Also auch Zusammenspiel mit anderen Charakteren und mit Zombie-Horden natürlich, die an einer Stelle auch irgendwie der Spieler auf ein anderes Camp hetzt. Ja. Also, schön. Ich persönlich bin so ein bisschen zombie-müde. Das geht mir genauso. Ich wollte es gerade so sagen, nur ein bisschen andersrum quasi. Ich mag Zombies eigentlich auch nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber irgendwie macht mich das doch an. Also, so wie die Zombies halt funktionieren da, diese Welle, die quasi da auf dich zurollen und so, das finde ich schon ziemlich cool. Also, ich würde es mal gerne ausprobieren. Ich hoffe aber, dass die Survival-Komponente nicht nervig wird. Dass ich irgendwann, weiß ich nicht, dann ewig nichts finde oder irgendeine bestimmte Baumsorte brauche, um mir ein Zelt zu schnitzen. Und dann geht das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, wie Zelte funktionieren. Dann Monster Hunter Worlds von Capcom. Eigentlich so eine typische Nintendo-Marke. Ich weiß nicht, ganz am Anfang war es mal Sony. Ja, war nicht immer Handheld. Vor allem eine Handheld-Marke in den letzten Jahren. Da hat man sich ja immer gewünscht, dass das mal auf größere Plattformen kommt. Genau. Und Monster Hunter Worlds jetzt tatsächlich auch für mehrere Plattformen. Also, es lief so auf der Sony PK, wurde aber auch für Xbox One bestätigt. Und PC. Und bekommt sogar einen PC-Release. Man weiß eigentlich noch nicht wann PC. Das ist glaube ich nicht zeitgleich mit dem Rest. Jedenfalls Anfang 2018. PC soll ein bisschen später kommen. Genau. Soll das Ganze kommen. Halt-Action-Rollenspiel. Schaut es euch einfach an. Ist eine coole Marke. War auf dem Nintendo immer ganz geil. Finde ich super, dass es jetzt auch für andere Plattformen kommt. Super ist auch Shadow of the Colossus. Ja, auch ein absoluter Kult-Titel sozusagen. Jetzt ein HD-Remaster ist für 2018 eingetreten. Ja, das Zweite. Das Zweite. Das wurde ja auch für PS3 schon mal neu aufgelegt. Naja. Komm. Ich sag nur Skyrim. Da kommen wir gleich noch zu. Ich finde es durchaus schön. War natürlich sehr suffisant, nachdem Sony sich ja, oder der Marketing-Chef war es glaube ich, von Sony sich vor der E3 gründlich in die Nässe eingesetzt hat, als er sagte, Abwärtskompatibilität, wer will denn diesen alten Scheiß spielen? Der sieht doch furchtbar aus. Wenn man dann auf der PK Remasters vorstellt, für die Leute nochmal Geld ausgeben dürfen, ja, hätte man cleverer machen können. Eigentlich schon. Shadow of the Colossus wird mal wieder neu aufgelegt, aber es gibt Spiele, die kann man auch nicht oft genug auflegen. Eben, das ist ja auch wirklich ein tolles Spiel. Solltet ihr mal gespielt haben, falls ihr es noch nicht gespielt haben solltet. Anschließend gab es einen Story-Trailer für Comic-Fans Marvel vs. Capcom Infinite. Und wer das Ganze ausprobieren möchte, der muss sich das gar nicht erst angucken, sondern der kann sich einfach die Demo laden. Ist nämlich jetzt da. Ja. Finde ich auch schön, ne? So, hier. Es müsste sowieso viel öfter geben. Ich fand nach wie vor den Moment sehr schön vor drei Jahren. Ich versuche jetzt nicht zu spekulieren, wann das war. Meine Erinnerung trübt mich. Aber als Battlefield Hardline angekündigt wurde und es hieß, die Beta läuft übrigens jetzt. Ja. Solche Momente müsste es auf der E3 viel häufiger geben. Das Spiel ist übrigens jetzt da. Fallout 5. Das wäre noch besser. Ankündigung? Ihr könnt es morgen kaufen. Das wäre super. Aber Demo ist auch schon mal besser. Das wäre aber nicht so gut für uns, weil wir könnten da nicht so viele Vorschauvideos machen und so. Wir könnten ja gar nicht einen Hype-Train schlagen. Ich glaube, das macht auch kein Hersteller, weil da müssen ja erstmal die Vorbestellerzahlen angekurbelt werden. Das stimmt. Aber Beta oder Demo-Release zur Ankündigung ist doch schön. Es gab einen neuen Trailer zu Call of Duty World War II. Auch das war nicht sonderlich überraschend. kommt ja schon am 3. November dieses Jahres und spielt in Frankreich. 44 hat man in diesem Showcase sozusagen gesehen. Gut, da muss man glaube ich nicht so viel sagen. Aber jetzt kommt dann Skyrim natürlich. Das erscheint auch die nächsten Jahre immer mal wieder neu, oder? Jetzt im VR. Jetzt im VR. Das war nicht. Also Skyrim VR gab es einen Trailer während der Sony PK. Das ist bisher tatsächlich auch nur für Playstation VR angekündigt. Ich glaube aber mal, man kann guten Gewissens davon ausgehen, dass das maximal eine Zeitexklusivität ist und das sicherlich auch für die PC-Headsets kommt. Genau. Aber ja, wer Skyrim nochmal spielen möchte, nochmal anders oder tatsächlich noch nicht gespielt hat, bekommt die Möglichkeit übrigens auch noch. Zusätzlich zu der Switch-Version, die ja dieses Jahr auch noch zu Weihnachten kommt. Richtig, ja. Es hat auch diesen VR-Blog, von dem wir gerade schon gesprochen haben, so ein bisschen eingeleitet. Da gab es dann auch ein Star Child hieß dann ein Spiel. Dieses wie Inpatient, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben. Das ist auch nochmal Supermassive. Das spielt sogar im Universum von Until Dawn. Ist da auch so ein bisschen so ein Prequel. Aber ich glaube das coolste bei den Ankündigungen für Playstation VR war Superhot VR. Superhot! Dass jetzt auch endlich für Playstation VR kommt. Da habe ich ja nur Gutes drüber gehört. Und ich kenne Leute, die dir widersprechen werden. Die sagen nämlich, die coolste Ankündigung ist Final Fantasy 15 Monster of the Sea. Angeln in VR. Und ja, da findet man erstmal so ein bisschen lustig und so. Aber ich habe mir auch mal so ein bisschen angeguckt, was auf Twitter so passiert zu dem Titel. Und was so manche Leute dazu sagen, sind völlig begeistert. Es ist halt Final Fantasy 15. Das spielt glaube ich auch so ein bisschen die Begeisterung mit. In VR halt mit den Charakteren, mit den Typen halt mal rumzuhängen. Aber ja, ich meine, Angelspiele gibt es ja auch nicht mehr so viele. Und die hatten ja durchaus ihre Hochzeit. Die sind ja auch sehr beliebt. Also ja, eine falsche Idee ist das sicherlich nicht. Klingt halt sehr kurios. Aber das passt ja zu allem, was um Final Fantasy 15 rum so passiert. Das ist ja einiges eher kurios. Richtig, ja. Um meine Frau nochmal zu erwähnen in dieser Sendung. Die ist ja auch riesen Final Fantasy 15 Fan. Jetzt gibt es endlich einen Grund, warum ich mir eine Playstation 4 kaufe. Für das Angelspiel. Für das Angelspiel. Nur für das Angelspiel. Die spielen natürlich ja nichts anderes. Ja, Superhot haben wir auch erwähnt. Psycholots in the Rombus of Ruin ist tatsächlich ein schönes Feierspiel. Übrigens. Echt? Nur um das erwähnt zu haben. Hat mit der E3 nichts zu tun. Gut. Gibt's schon, aber... Schön. Dann machen wir mal eine andere Sendung drüber. Jetzt reden wir mal über die E3. Und zwar dann natürlich auch unvermeidlich der neue God of War Trailer. Auch damit haben wir gerechnet. Da ist der gute Kratos wieder mit seinem Sohn unterwegs. Rudert zu einer Insel im Nebel. Ja, der Trailer war extrem auf diese Vater- und Sohnbeziehung funktioniert. Wo die Dynamik auch sehr spannend wirkt. Aber auch da wieder schicker Trailer. Würde ich gerne spielen. Dauert halt leider noch. Dauert aber grafisch fantastisch und so. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Anfang 2018 dann der mürrische Kriegsgott wieder auf der Playstation. Und dann ebenfalls auch eine bekannte Geschichte. David Cage's Detroit Become Human. Das ist auch schon gefühlt seit 10 Jahren angekündigt, oder? Das ist auch schon ziemlich lang. Ja, es hieß ja eigentlich auch mal 2017. Oder das ist glaube ich immer noch der aktuelle offizielle Stand. Insofern war ja die Vermutung bei der E3 gibt es bestimmt den Release Termin. Tatsächlich gab es gar keinen Termin. Also weder 2018 noch einen konkreten für 2017. Das hängt gerade scheinbar ganz in der Luft. Aber wenn das dieses Jahr noch kommen soll, kann die Ankündigung so lange nicht mehr hin sein. Ja, warten wir mal ab. Mal schauen. Wir sind fast am Ende. Destiny 2 noch. Da haben wir ja auch schon vor der Messe. Du hast das Ding ja selber angeschaut in Los Angeles. Da haben wir ja ganz, ganz viel zu gemacht. Ja, da kann man heute aber noch kurz was zu sagen. Das kam nämlich erst nach der PK. Destiny 2 hat jetzt finale Release Termine. Die Konsolenversion erscheint lustigerweise früher als ursprünglich geplant. Nämlich zwei Tage. Die kommt jetzt schon am 6. September. Die PC-Version kommt tatsächlich später. Am 24. Oktober nämlich. Und die Zeitpläne für die Beta gibt es auch. Die hätte ich mir jetzt aber rausschreiben müssen, um sicher zu sein. Deshalb schau es bei uns nach. Aber inzwischen sind die Daten bekannt, wann die Beta läuft. Im Juli auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Riesentitel auf jeden Fall. Und abgeschlossen wurde dann die Sony Pressekonferenz mit Spider-Man. Da haben wir nämlich dann zum ersten Mal richtiges Gameplay gesehen von dem Spiel. Und der Christian Dörrer, der das ja betreut hat. Ausgeflippt. Der ist völlig ausgerastet. Obwohl er komplett müde war, ist er ausgeflippt. Ja, echt? Hat er so, wow, im Büro geschrieben oder was? Ja, hat versucht sofort an die Decke zu klettern. Das war kein schöner Anblick. Nein, hat er nicht versucht. Aber der war sehr angetan, ja. Mich hat es nicht ganz so vom Hocker gehauen tatsächlich. Also es sieht grandios aus. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das Gameplay so lange hält. Weil das halt auch so ein sehr, sehr gestellter Level war. Mit dieser schönen Baustelle an dem Hochhaus, wo man auch ganz viele Möglichkeiten hat, oben rum zu klettern. Wo man sich dann fragt, ja und wie sind Szenen, wo das nicht so ist? Oder spielt jede Kampfszene an so einem Ort? Aber das Kampfsystem wurde ja schnell der Vergleich zu Rocksteady gezogen, weil diese Batman-Spiele das ja so ein bisschen etabliert haben. Aber ich fand, es sah schon noch anders aus, wie man da reagiert, wie er reagiert oder welche Möglichkeiten auch diese Netze geben. Aber es sah schon sehr cool aus. Ich hätte halt nur noch gerne mehr gesehen. Ja. Vom eigentlichen Spiel, von dem, was man in der Open World tut. Aber für ein Lizenzspiel, das wird wohl mal ein sehr ordentliches. Auch da müssen wir noch warten. 2018, Anfang 2018 ist da der aktuelle Termin. Das kann sich natürlich alles noch nach hinten verschieben. Das kennen wir ja aus der Spielewelt sehr gut. Und ja, damit sind wir durch, durch die Sony-Pressekonferenz. Wir haben ja schon am Anfang ein bisschen gesagt, was wir so davon halten. Die Mega-Überraschungen gab es irgendwie nicht. Insgesamt eine sehr solide Show auf jeden Fall. Da war jetzt kein Ausfall dabei. Ich fand die sehr gut. Gerade weil halt so dieses Marketing-Gewäsch fehlte. Das fing ja an mit erstmal einer Riesenreihe an Trailern. Dann kam der Shawn Layden einmal kurz auf die Bühne. Hat auch jetzt nicht besonders viel gesagt. Dann kam doch mal ein Trailer. Dann kam er nochmal kurz. Und danach war glaube ich auch noch Spider-Man und dann war es vorbei. Also ein sehr rundes Programm. Wie gesagt, die Release-Termine sind halt so ein bisschen Sony's Problem. Ein paar mehr größere Titel vielleicht erst nicht schon zwei Jahre im Voraus ankündigen. Würde ihnen vielleicht etwas gut tun. Ja, möglicherweise. Aber trotzdem eine gute Show. Ein schönes Line-Up. Also nach wie vor, was Sony an Exklusiv-Titeln hat, ist halt sehr beeindruckend. Ja. Da hat man schon, wenn man die Spiele-Genre muss man natürlich mögen. Aber es gibt glaube ich gute Gründe tatsächlich zu sagen, okay, jetzt brauche ich halt eine Playstation, wenn ich das spiele. Das ist mal ein schönes Abschlusswort. Die ganzen Trailer könnt ihr euch natürlich anschauen bei uns auf der Webseite im YouTube-Kanal oder auch bei GamesTV24. Wir haben auch zu den anderen Pressekonferenzen ein Video-Rückblicke gemacht. Wir haben diverse Anspiel-Fazits. Da kommt noch so viel aus Los Angeles, dass ihr jetzt am besten hier abschaltet und anderswo weiterguckt. anderes Video bei uns sucht. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und David vielen Dank für die Einschätzungen. Und bis demnächst. Bis die untertragend server zu wechseln. Mit你想 glorious damage wunderschönen, und Favorite, das hier unten ist drin und fertig. Soohen año отно